und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei yakuza like a dragon wir müssen glaube ich wieder arbeiten gehen genau das heißt wir werden gleich überfahren oder wir gehen jetzt doch hoch hatte dieser teure händler eigentlich waffen für uns eis egal wir gehen jetzt erstmal weiter jetzt gehen wir hier rechts schauen wir uns doch nicht bei dem händler kurz vorbei muss man zu check ich war der war sowieso viel zu teuer naja iraschei du mich auch für was ist denn das was ist denn das schläger 30 aber halt 110.000 aber halt 85 ja stimmt er hatte das starke schon redet das schee kann der messer was ist denn das für ein job hat die den kappt weiß ich nicht boah könig ist schwert replika 130 eisenhammer des bauarbeiter schlägt er mit dem silberkettchen zu das ist sogar vom fucking fußkettchen perlende rose ja aber lustigerweise kein einziges doch das ist doch oder nee das ist für ein ding das ist ritter ja jetzt mal ernsthaft ich mein doch eine Ich habe nur noch eine Rennseite gespürt. Das ist ein riesiges Manga. Aber es wird auch schwer zu kommen. Nein. Ich habe keine Rennseite gespürt. Es war so glücklich. Das ist glücklich. Ach stimmt, ja, die bewachen jetzt alles. Es ist ja das Gebiet der Liomang, oder? War das nicht das? Ja, shit. Und ich habe eh vergessen, mit dem dämlichen Taxi zu reden. Hm, Taxi ist markiert. Ich finde es immer noch bescheuert, dass man die markieren muss, aber hä? Ich weiß, ob das fucking Taxi vorher nicht weiß, wo es hin kann. Kenn ich nicht, haben sie... Ja, ich müsste da oben in das Eck von der Stadt, von Yokohama. Haben sie da schon mal ein Taxi benutzt? Nein, tut mir leid, dann kann ich da nicht hinfahren. Warum nicht? Das geht einfach nicht. Ja, aber warum denn nicht? Es geht nicht, Schnauze, sie haben da oben noch nicht kein Taxi berührt. Sie müssen erst ein Taxi berühren, dass sie da hinfahren können. Boah, aua. Low forest. Warte mal. Er hat doch schon da rein können, so ein Scheiß. Warum bist du eigentlich immer da langsamste? Kannst du mir das Läufer ab? Oh, ich hau mir jetzt mal weg, Alter. Komm her! Komm her! Dresche! Aufstrebender Punk, Auftragskiller. Ja, egal, einmal drauf. Das war das Dreieck, glaube ich. Oh, warte, der hat eine neue Attacke. Shit. Mal gegen das Auto. Ich finde es immer noch geil, dass das Auto eigentlich weitergeht, ne? Komm, den machen wir so kalt. Alter. Wow, sechs, wirklich? Dafür gibt es Eiscreme in das Kind. Das kostet doch wieder was, oder? Los, Empfohlenstufe 15 oder höher? Okay, legen wir los. Das heißt, wir sind eine Stufe drüber, über das Minimalmaß. Das müssen wir doch schon schaffen, das geht schon. Das sagte er und flippt wahrscheinlich jetzt dann in einer Viertelstunde aus, wie blöder, weil die einem den Arsch versohlen. Oh, das ist nicht so großartig. Das ist nicht so großartig. Das ist nicht so großartig. Ja. Oh nein. Oh, du verarschst mich. Der verliert jetzt aber nicht in das Ding, oder? Steck dir das ein, du Trappel. Das ist euer Scheißernst jetzt. Steck doch das sofort in deine Scheißtasche, Alter. Kann es sein, dass der Typ nur Probleme macht? Einer zu bündeln. Oh fuck, die sind auf 17. Das war alles? Ja, ja. Äh, ne. Sehendes Bitten. Der Gegner hat die alten Gegenstand. Die Verteidigung erneuert ihre Erscheinung. Ich probiere es mal mit einem Wurfelschlag. Arbeiter, das sind alles nur Arbeiter, ne. Die haben, glaube ich, alle keine Spezialeffekte. Warte mal, da haben wir eine Wache. Wir machen die Wache weg. Okay. Könnte man es schaffen. Warte mal, der ist eh verwirrt, dann kann ich mir das sparen. Probieren wir mal das. Was? Schau mal, was hat er da? Scammy. Schadet einem Gegner so wie den in der Umgebung mit einem höchsten schockierenden Song. Chancen, dass sich die eigentliche Spannung erhöht. Hau denn einfach weg. Wir müssen... Au! Warte mal, war das jetzt fielig oder... Okay. Warte mal, er hat mir was geklaut? Oh, warte, der kann bloß nichts mehr zaubern, merke ich vor. Okay, drei noch. Album ist eine Schnittattacke, Gitarren schmettern. Oh, oh, der muss an den einen vorbei. Okay, passt. Okay, komm! Mach's! Mach's! Sehr gut. Schwere Schädelprassel... äh, Schlägeprassel. Und wieder am Boden... Da krieg ich dann... Oh ne, das reicht. Aber jetzt kommen die anderen. Oh, shit, das sind nochmal sechs Stück. Ne, es sind nur drei. Warum hat er jetzt den Hammer? Oh, super. Ich glaub, ich mach das nicht mehr, ey. Das ist meistens trotzdem die Hälfte. Ich muss erstmal die Arbeiter wegkriegen davor, aber der zieht wahrscheinlich am meisten ab. Ah, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Sehr gut. BAM! BAM! Schildwelle! Schadet allen Gegner, so wie den im Umgebung mit einer beeindruckenden Schockwelle. Okay, ne, da reicht glaub ich schwer das Schädel... Sch... Schlägeprassel. Ich würd mal Schädel sagen. Okay, der hält schon was aus, ne? Aber jetzt ist der dran. Oh, du bist so ein Trottel. Die hat nicht mehr viel, ne? So kann ich sie wieder aufladen. Boah! Alter, Scammy kostet 50, merk ich grad. Kriegt der eigentlich Markier noch drauf auch? Ne, kriegt der nicht. Okay, geht's! Chaotische Verwüstung! Alter, 450! Hau drauf, hau drauf, Ende! Aber waren noch nicht mehr Vorarbeiter? Bindung, eins... Oh, mit...hä, mit dem hab ich doch sein Ding gemacht? Warum ist das bei ihm immer... Ach ne, Gruppe eins, zwei, drei, ah... stable, jetzt mal bin ich halt vor. Oh... De only have ich einen schönen Kerne... ......... Ich habe es nicht mit einem Stamm. Sie sind nicht mit einem Stamm. Hey, eine Rechte! Eine Rechte! Eine Rechte! Was ist das? Was ist das? Das ist危险! Sieh nicht. Ich will nicht! Hey, Gitarre! Sieh doch! Sieh, weg! Warte, kenne ich den nicht? Die Frisur kenne ich irgendwoher. Aber scheiße, da war noch einer drin, guckte, ne? Ist das jetzt verreckt? Geräuchert. Scheinbar. Holy shit. Kapitel 6 Zündung. War das nicht in Kapitel 5 Zündung? Oder wahrscheinlich wollen wir jetzt Krieg anzetteln, oder was? Nicht gut. Nicht gut. Scheiße, wer bist du? War das nicht? Ah. Die따라. Hier? Derrick Manni ist es. Derrick Manni ist schnell. Derrick Manni. Wer ist? Har du... Was ist das? Ich habe auch schon gemacht. Wie ist das? Was? Dann, wir beginnen. Die beginnen? Ich habe noch einen Moment. Wer ist das? Wir werden noch einen Aufmerksamkeit. Du bist nicht! Ich bin der Kassel... Ich bin der Kassel... Ich bin der Kassel... Das ist ein Laoma. La... Laoma? Das ist ein Laoma. Das ist ein Maabuch. Na, dann starte ich wieder. Ich werde viele Fragen stellen. No-No-Mia. Ah. Der Otohime Land. Der Otohime Land. Der Otohime Land. Ich habe mich nicht mehr dabei. Ich habe nur mir von mir gesagt. Wenn ich nicht zu sagen werde, dann werde ich mein Lieber. Ich werde mich dann nicht sagen. Ich werde mich in der Zeit, ich werde mich überraschen. Ich werde mich überraschen. Ich werde mich überraschen. Ich werde mich überraschen. Okay. Ich werde dich auf dem Schrauben. Ja. Ja, ich möchte mich an, was ich an, was ich? Du bist ein Mensch, oder? Was? Das ist nicht so. Du bist so großartig. Du bist so großartig. Du bist so großartig. Es ist nicht so, was ich? Es ist nicht so, was ich? Ich habe das, was ich mit meinem Fahrzeug verabschiedet. Warum? Ich kann es nicht nutzen, dass ich in Japan nicht benutze. Es ist ein偽 Schatz. Warum? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. 急にピン刷で現れたの 食材を扱っている倉庫に妙な白紙の束が 大事に箱詰めされてるのもな なるほど 偽札だと承知の上で人民元も盗むつもりだったわけだ で?盗んでどうするつもりだった? あんたの白紙の尻尾を掴んだんだ あれを使って いずれ店長を殺した落としまいをつけさせる そのつもりだったさ そうか 一番 お前らは俺のビジネスをかぎ回るために倉庫へ入り込んできた そして入ってからたまたまに世察に気づいた ってことだな くそ 答えろ その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな さあ どうだかね 思ってるのか そうだ いいねえ その言葉バッチリだぜ バッチリ 何だかねえ 何だかねえ そいつはごはっとのはずだぜ 何だかねえ 何だかねえ そいつはつまり はあ えっ 野呑宮をやったのは 俺だ Ja, du bist! Du bist jetzt! Du hast den Film gemacht, dass du mit dem Schrauben auf dem Schrauben verlebt hast. Das ist ein Zehntag. Ja. Du sagst dir einen Schrauben. Was? Du hast mich überrascht. Du hast mich überrascht. Du hast mich überrascht. Es gibt einen Mann, oder? Aber du bist hier. Und heute, du bist so großartig. Du bist so großartig. Hey, du wirst! Was hast du gebetet? Was hast du gebetet? Es ist egal, Kasuga. Was? Was ist das? Ich habe das Problem mit den Klingeln gezwert. Sie haben das Klingeln gezwert. Was ist das, was ich? Also, das Problem ist, dass der Klingeln die Klingeln mit Ruhmann aufgerfen. Sie werden die Klingeln verwendet werden. Sie haben? Was ist das? Was? Wie ist das? Aber wer hat denn jetzt die niedergeschlagen? Das die da überhaupt bewusstlos waren. Ich meine, die sind nur von der Explosion weggerannt, ja. Keine Angst hat schon, unsere Lage wird sich schon so selbst klären. Wirklich? Nun, bislang hat doch alles funktioniert, oder? Ja. Namba, wie schlimm hast du dich erwischt? Alles okay, ich bin jedenfalls besser dabei weggekommen als du. Ich muss jedenfalls irgendwie hier rauskommen, irgendwelche Ideen. Ich bin nicht davon gekommen. Na? Ein alter Streifenblitzist wie du hat doch sicher einen cleveren Plan, oder? Irgendwelche Ex-Bullen-Ideen? Definitiv. Wirklich? Ich wusste, einem Ex-Bullen würde sowas einfallen. Also wir lauten der Plan. Zuerst müssen wir diese Ketten loswerden. Na toll, und wie stellen wir das an? Wenn ich das wüsste, hätte ich es ja schon getan. Ach, du verarscht mich, oder? Hey, wozu dient dieser Raum eigentlich? Wo sind wir überhaupt? Sie haben uns hergebracht, dass die Lage alle hochgegangen ist und uns die Augen verbunden. Also keine Ahnung, wo wir sind. Abushi verfügt in Ichicho über einige Verstecke. Wahrscheinlich sind wir in einem davon. Verdammt, hier drin ist das Eis. Ich hole mir noch eine Erkältung. Keine Sorge, Trottel sind gegen Erkältung immun. Ach, halt die Klappe. Moment, wo sind meine Klamotten? Siehst du die Kartons da drüben? Ja, sie sind darin auch alles andere, was wir hatten. Wie? Ich hatte mein Telefon in meiner Jacke. Das heißt also, ich bin der Einzige. Da sind all unsere Telefone in Brieftaschen drin. Wenn nur einer von uns dort hinkommt, können wir Hilfe rufen. Da haben wir auch schon gemerkt. Aber zuerst müssen wir die Ketten loswerden. Wir haben es versucht, aber nichts zu machen. Das ist mit deinem Ichicho-Bahn. Vielleicht sind sie schwächer als unsere. Kettige mit Gewalt aufbrechen. Also gut, dann versuche ich es. Viel Glück, Ichicho-Bahn. Na los, streng dich an, gib alles. Wenn wir dich entkommen, töten die uns. Unser Leben hängt davon ab. Ichicho-Bahn, das schaffst du. Warte mal. Die mal langsam, die geben nicht nach. Setzen sich alle ihre Hoffnungen auf mich. Sind wir wohl geliefert? Wahrscheinlich gut, dass der Weißwarte geht zur Hilfe. Ich glaube, dass es der Typ ist, den, wo wir mit einem Kiryu paar Mal für Möbel sind. Ich glaube, das war im sechsten Teil. Na, da ist es nicht so. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Wenn ich mich nicht mehr verletzen kann, dann fühle ich mich immer noch lange. Schuss. Nein, ich werde etwas tun. Na, was ist das? Die Arbeiter. 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 Das muss hart sein. Siehst du dich gerade erstarrt, bevor du die rettest? Ah ne, doch nicht. Gut, mein Telefon ist noch da. Aber es gibt keinen Empfang. Dann können wir wohl nicht um Hilfe rufen. Ja, da können wir nichts machen. Das ist mit dem Typen mit der schwarzen Maske. Er hat uns gerettet und wir wissen nicht einmal, wer er ist. Hast du eine Idee, Ichiba? Nein. Nein, da er uns geholfen hat, kann er uns geholfen hat, kann er nicht zu den Niemann gehören, ob er wohl zum Serio-Clang gehört? Nee, das kann nicht. Nee, das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein, die würden nicht das Risiko eingehen, aber er war ziemlich heiß, wie ein K-Pop-Star. Wirklich? Auf dem Look stehst du? Was muss es sein? Was muss es sein? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er zu den Geo-Mütschul gehört. Das ist aber nur eine Vermutung. Bist du sicher? Ja, warum sollten die Geo-Mütschul uns retten? Wer weiß, die sind komplett undurchschaubar und schwer zu fassen. Ihr habt ja alle gesehen, wie lässig er in Mapuchis Versteck gelangt ist, um uns zu befreien. Nach dem Ausflussverfahren kann es also nur eine Geo-Mütschul sein. Das ist nur mein Verdacht als Ex-Bulle. Zuerst sollten wir uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Genau. Das ist nur mein Verdacht.